Tückische Schneewehen auf der L306 zwischen dem Ortsausgang Mainazagen und dem Flugplatz. In der vergangenen Nacht wurde eine im 9. Monat hochschwangere Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Marienheider Straße verletzt. Der 26-jährige Fahrer eines Pkw war aus Richtung Marienheide kommend, kurz hinter dem Flugplatz in eine Schneewehe gefahren und hatte daraufhin die Kontrolle über seinen Opel verloren. Der prallte gegen die Leitplanke und blieb schließlich völlig zerstört in der Fahrbahnmitte der ansonsten trockenen Landstraße liegen. Seine schwangere Beifahrerin prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Mainazagener Feuerwehr rückte aus, um die Einsatzstelle auszuleuchten und auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen. Bereits vor zwei Wochen war es an derselben Stelle schon einmal zu einem Unfall durch Schneeverwehung gekommen. Der Feuerwehr blieb gestern Nacht nichts anderes übrig, als Warnschilder mit der Aufschrift Ölspur aufzustellen und zu hoffen, dass keine weiteren Verkehrsteilnehmer durch Schneewehen auf unbeleuchteter Landstraße überrascht werden.